So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Door Kickers und ihr seht jetzt hier Alpha Version 4, in der Zwischenzeit ist die vierte Alpha Version rausgekommen von Door Kickers und da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das Let's Play ja beendet gewesen oder fast beendet gewesen, ich hätte dann noch die Missionen, die wir nicht geschafft haben, noch probiert, bis jetzt habe ich eine geschafft, das kommt dann ganz am Ende in dem Video noch, die Missionen, die wir zusammen nicht geschafft haben, weil Also ich sage es mal so, bis jetzt hatte ich bei einer Mission, die ich noch nicht geschafft habe, das war Level 19, das war das hier, hatte ich bis jetzt 18 Fehlversuche und ja, teilweise ist es dann auch ärgerlich, einmal ist es recht ärgerlich gewesen, weil da ist praktisch einer aus meiner Truppe direkt vor dem Entführer gestanden und hat ihn einfach nicht umgelegt Ansonsten hätten wir die Missionen geschafft Tja, es hat nicht sollen sein, ne Auf jeden Fall, eine habe ich bis jetzt schon geschafft Drei warten noch Und jetzt sind mit Alpha Version 4 Neue Missionen dazugekommen Jetzt in meinem Leidwesen Zwei wieder Na, wisst ihr schon Zwei mit der Knarre am Kopf Aber eben auch welche, wo man einfach nur Leute abknallen muss oder Geiseln befreien muss So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an Drei Geiseln, völlig übertrieben Hier Zehn bis fünfzehn Tango's, das ist Einfach völlig übertrieben So, jetzt sehen wir hier Es ist Ja, recht neu jetzt hier mit der Alpha Version 4 Kann man sich hier nämlich die Einheiten aussuchen Und auch positionieren Aber ich denke Hier einfach Auto Deploy Passt schon Dann Fangen wir einfach mal an So, was auch neu ist Ne, warte, nicht so Zum einen, wenn man dem jetzt sagt, er soll so schauen Und dann sagt er solche vor Ah, doch nicht Doch, ist so Dann schaut er immer in die Richtung Dann eine andere Neuerung ist Wenn ich jetzt hier die Spycam auswähle Und dann auf Pause drücke Sehe ich trotzdem Kann ich trotzdem hier noch weiterschauen Ist recht praktisch, finde ich So, okay Eins, zwei, drei, vier Ich glaube, ich sollte einfach drauf losstürmen, oder? So, und jetzt Zack 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 So Und die hier Das habt ihr jetzt auch gerade gesehen Die drehen sich jetzt Oder zumindest theoretisch Drehen sie sich immer dahin Von wo auf sie geschossen wird So, okay Da ist noch einer Ah, scheiße Hätte jetzt nicht sein müssen So, dann lassen wir den jetzt mal so schauen Der kann jetzt hier mal in die Garage reingucken, ne? Oh Ähm Kann er nicht So, aber wie mache ich das jetzt am blödes Ich glaube, am besten von hier oben Ja gut, den kann ich ja jetzt einfach hier noch Rumlaufen lassen Ich habe auch das Gefühl, jetzt Äh, feuern sie immer zwei Schüsse ab Okay Affirmative covering Roger Okay, jetzt lassen wir den mal hier mit der Okay, hier sind zumindest zwei Geiseln Aber wo ist die letzte? Ach, egal Komm No risk, no fun Mission is a failure Ja, ja, is a failure Aber 16 Alter, 16 Das ist doch völlig übertrieben Okay, neuer Tag Neues Glück Lass uns beginnen Und du bitte mit der Spycam Okay, die stehen genau gleich wie davor auch Alter, sowas muss doch nicht sein, Leute Ja super, jetzt steckt er da fest Kann nicht mehr weiterlaufen Ist ja ganz toll Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen Ja, nur weil er festgesteckt ist, da So, jetzt kommt der in sein Sichtfeld Bam So muss das nämlich Was? Ach, jetzt kommt natürlich Ja, ist voll realistisch So, bitte nur durchschauen Ob man ein zweiter hier drin ist Jawohl ist Dann geht der hier hoch Und Kann der auf den hier gucken Von hier aus Jawohl, kann er Und der hier geht vier durch Und Gut Jawohl, hier geht's vorbei Dann machen wir das doch so Und der hier geht Hier lang Bitte nicht Puh Ja, ja, ja Deswegen gehst du jetzt mal ganz schnell hier oben hin, ne Oh, scheiße Da ist bestimmt irgendwas drin Oh, doch nicht So, dann bitte reloaden Hm, hm, hm Alter, ist das aufregend jetzt Ich glaube, ich schaue da am besten von oben rein Da komme ich am besten gleich mit beiden Und gleich reloaden Bitte So Nee, bitte zuerst durchschauen Bevor du irgendwas anderes machst So, jetzt schauen wir mal Ob das hier jetzt funktioniert Achso Ich dachte, der reloaded jetzt Achso, der hat keine Dann bitte Dann bitte Ein Ding hier und Den hier und Mit der Spycam durchschauen Geht das jetzt, wenn ich Den hier mach Gut Genau so sollte es eigentlich auch aussehen Jetzt hoffe ich nur, dass hier keiner dahinter ist Ach, scheiße Zwei gleich Ja gut, dann hoffen wir einfach mal, dass hier noch die Geisel dahinter ist Ja, ja gut, aber das macht nichts Gut, damit müsste man eigentlich fast alles abdecken Scheiße Die ist nicht hier Neun Okay, dann holt sich jetzt einfach mal jeder mit Geisel ab Und jetzt einfach hier runter Und hoffen, dass keiner ankommt So, eine haben wir noch Scheiße, nein Nein, du kennst es die Action Also, ich bin jetzt ein bisschen leiser, aber Ich meine, es muss jetzt nicht sein, dass hier über vier Minuten Arbeit einfach so kaputt gehen Nur weil hier noch einer lebt Also, das muss jetzt wirklich nicht sein Ich könnte ja mal ganz schnell nachzuhören, wie viele noch leben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Drei Drei noch Was? Oh, da lagts Ein bisschen, glaube ich Oh, nein, das wollte ich gar nicht Ich wollte den hier Ich glaube, es lagt auch ein bisschen jetzt Da ist die Geisel Okay Okay Jawohl Ich habe mich verzählt, aber es macht nichts Wir haben es geschafft Juhu War anstrengend, war wirklich anstrengend Hier, drei Leute sind draufgegangen und einer war verletzt Das war Also Mehr hätten wir uns nicht mehr leisten dürfen Clear Hostiles Okay, einfach alle umlegen Vier Trooper haben wir Und anscheinend ist es taktisch am klügsten Die so einzusetzen Wir könnten uns jetzt natürlich auch welche mit einem vier Karabiner noch dazu holen Aber Ich glaube ehrlich gesagt, dass die keine so große Durchschlagkraft haben Okay, da kann man einfach durchspazieren Ich lasse den hier jetzt einfach mal hier vorlaufen So Irgendwo ist jetzt gerade die Tür aufgegangen Wo ist die Tür auf? Egal Wir holen uns jetzt hier auf jeden Fall erstmal unsere Einheiten nach vorn natürlich Was haben wir denn sonst? Drei Schon wieder Ah, okay, jetzt ist hier die Tür auf Naja gut, das ist jetzt nicht so schlimm Alter, jetzt gehen hier überall die Türen auf Die gehen jetzt hier wahrscheinlich alle vor Aber da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit Doch, aber schon Scheiße Können wir gleich nochmal neu starten, weil so wird es nix So, eigentlich müssten wir So, dann gleich mit einem vor Der dann hier gleich die Tür aufbricht Die anderen müssten gleich nachziehen Der hier schaut trotzdem nur mit der Spycam durch So, bis jetzt So, jetzt geht er nämlich hier vor So, jetzt bringt er hier ein Charge an Hoffe ich zumindest Achso, der kann jetzt nicht mehr durchschauen, ne? So geht's auch Ist zwar nicht die schöne Variante, aber Soll ich, soll ich nicht? Doch, ich mach's Komm Was soll es denn? Ich könnte eigentlich So, da oben sind wir Oh, das war so klar, dass das passiert So, reloading Du einfach auch mal Und du einfach auch mal Denn wer will schon, dass im schönsten aller Momente Die Munition ausgeht Okay, da ist keiner drin Okay, hier auch nicht Können wir die zwei Türen einfach mal aufmachen Dreist wie wir sind Und ich würde sagen Wir räumen jetzt erstmal hier unten auf Ja doch, wir machen erstmal hier unten Scheiße, zwei Wenn, dann müssten wir immer Den hier machen Dass wir hier überall clear sind Alter, ich bin grad voll erschrocken Ich hab da nichts böses erwartet Und auf einmal Ist da einer Das ist schon Heftig Jawohl Mach dat So, da ist noch ne Tür dazwischen Heißt also, das hier könnten wir rein theoretisch aufräumen Wenn hier jemand drin wär Okay, da könnten wir einfach durchmarschieren Ach scheiße Da deckt jemand beide Türen Was ist denn das hier bitte? Oh oh So geht dat auch, wa? So, wir können da So, auf den Moment hab ich jetzt gewartet Dass sie sich beide da rüber drehen Aber der hier unten Der bereitet mir noch ein bisschen Kopfschmerzen Ehrlich gesagt Glück gehabt Dass sie das alle überlebt haben Das ist, denke ich mal, wirklich Glück So Wir haben Einen gesunden Und zwei verletzte Ist nicht optimal Aber ist okay Okay, das heißt jetzt aber Wenn wir die da Ganz geheim und so Hier oben reinschicken Na, top, top sekret natürlich Okay Okay, hier oben ist keiner Okay On it Pah Alter, das ist so ne Schlaftablette Sein Kollege wird neben ihm umgelegt Und er checkt's nicht, oder was? Ich glaub, mit dem kann ich jetzt auch einfach Allein da hinten rumgehen Der checkt's eh nicht Ist hier noch auf dem Klo einer Ach ja, der berühmte Letzte Mann, ne? So, nix überstürzen Wir haben ja Zeit So Und wir hätten sogar noch einen Mann gehabt Also, ne? So Dann Level 31 Ja, ne, dann müssen wir ins Menü gehen Leider Haben wir ja schon zwei Missionen von den Neuen geschafft Und ich habe Ich nehme jetzt nur mal eine Folge jetzt hier ganz schnell auf Weil sie demnächst hochgeladen werden muss Und dann Sehen wir uns wieder beim nächsten Mal Und ich sag, bis dahin Und dann